Okay, es geht weiter. Neuer Versuch und ich habe jetzt mal ein voller Leben. Okay. Ich muss jetzt ein bisschen besser aufpassen, was ich als nächstes immer mache. Ich bin in die Ecke getrieben. Kacke. Das ist ein bisschen dämlich von mir. Kacke. Kacke, verdammte Kacke. Kacke. Okay. Du bist weg Was zur Hölle Fick dich Neuer Versuch Oh, das ist ein schweres Spiel Ich dachte am Anfang, dass es leicht Da habe ich mich wohl geirrt Okay, ich brenne wieder Okay, ich kümmere mich erst um die Kleinen Weil der mich am meisten aufregt Mit dem komischen Griff, den er immer macht Okay, aufpassen Ah, komm Der ist weg Kommt er mit der Kanone wieder an Okay, mit der Feuerwerfer Ach, komm schon Okay, komm Ach, du Kacke Komm Komm, komm, komm Kacke Okay, komm Geschafft Verdammte Kacke Ja Gebiet klar Boah, knapp, knapp, knapp Hey, kein Problem Überhaupt kein Problem Und jetzt gibt mir die Dragon Ball zurück Hä? Dumpfer Knall? Was ist denn ein Gas? Dumpfer Knall? Ha, ha, ha Dreingelegt Die schlafen tief und fest Die elenden Spastis Hm? Ah, oh nein Ach, der Musikhintergrund nervt mich jetzt Und nun zeig dich Li Shenron Und gewähre mir meinen Wunsch Ich gewähre dir einen Wunsch Deiner Wahl Mach mich Zum Welt Gib mir ein Mädchen Unterwäsche Yeah Hentai Ich habe dir deinen Wunsch erfüllt Lebe wohl Hä? Ah? Ah? Mist Das wirst du noch bereuen Aber für das erste Ziehe ich mich zurück Du hast es geschafft Olang Aber die Dragon Balls Sind alle erneut zerstört Er zerstreut Zu dumm aber auch Aber ein Jahr lang Werden sie wohl Werden sie wohl gewöhnliche Steine sein Nun, dann werde ich So lange bei Mutten Roshi trainieren Tschüss allerseits Hey Überschallwolke Speichervorgang Gespeichert Und jetzt wieder zu Mutten Roshi Kamehau Gukubo gab sie zu Mutten Roshi Um noch härter zu trainieren Auch Krillin bat mit Mutten Roshi zu trainieren Und wurde als Schüler akzeptiert Und so begann ihr Training Beim weltbekannten Mutten Roshi Einverstanden? Ich akzeptiere euch beide als Schüler Okay Gukubo und Krillin Hurra Dann lasst uns zu eurem ersten Trainingsort gehen Ähm Oh Kuweide Okay Beginnen wir mit dem Training Nun legt endlich los Und bringt uns alles Alles bei Als erstes machen wir den Steintest Geht den Stein suchen Den ich in den Wald geworfen habe Okay Und bringt ihn mir zurück Bevor die Zeit abgelaufen ist Ich frage Ich frage mich Wer ihn wohl als erster findet Oh Kleine Steinsuche Und du Scheiß Wolf Ach komm Ich gehe einfach weiter Hamburger brauche ich jetzt noch nicht Warte Habt ihr eine Idee Wie man da hochkommen kann Ach Lass mich in Ruhe So Ich brauche mal einen Platz Hä Ja Mit Mit Ein bisschen mehr Anschwung geht das ja Ähm Von der Berührung sterben die Okay Und Leben ist jetzt mehr geworden Gut so Und da wartet auf mich Nichts Okay Ja Leute Ich mache nichts hier Außer weglaufen Weil ich muss hier nicht trainieren Oder so Das ist ein Jumpin' One Mit ein bisschen Story dahinter Und weiter geht's Jetzt muss ich aber kämpfen Und Apfel Und Apfel Den verfolge ich Weil er mich für angegriffen hat Und so Weg mit dir Okay die Tür kann ich immer noch nicht öffnen Wie kann man diese Okay so Okay so Okay ich wollte nur das haben Weil mich jetzt nicht verletzen kann Ich werde das Rennen Ich scheiß auf die Gegner Ich scheiße auf die Gegner Okay ich sterbe auch für die Gegner Continue 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 Und so weiter geht's Und so weiter geht's Ja jetzt läuft er richtig Ach komm Ähm Ja okay Stirb Da oben ist eine Kapsel Mit der Brille Bringt die mir was Keine Ahnung Okay ich bin sehr schnell Oh du elender Vogel Hat der gerade einen grünen Bauch gehabt Der Grot und der Drache Also der Dinosaurier Okay Diese Gegner sind ein bisschen dämlich im Kopf Egal Ich ziehe einfach um mein Leben Ich kriege ja einen Bonus Wenn ich schneller bin Denke ich jetzt Oh man Komm nochmal Neuer Versuch Alles von vorne wieder Komm nochmal Tut mir leid Leute Dass ihr das nochmal sehen müsst Wegen mir Egal Zieh 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 Boah Leck mich am Sack du Komm nochmal Ich habe so viele Leben gehabt Okay ich muss hier aufpassen Was ich als nächstes hier mache Komm Aufpassen hier Kein Kommentar zu diesen Scheiß Dinosauriern teilen Wie hat das mich jetzt getroffen Egal Komm Okay Ich habe die Kapschen noch Okay Ich ziehe jetzt Ich ziehe jetzt Ich ziehe es durch Ich ziehe jetzt durch Ich glaube diese komischen Drachenwäsche da verprügeln Die ganze Zeit mit Bomben werfen Egal Eingetroffen Ich habe nicht die gleiche Stelle Wo wir den Oh komm Jetzt durch Oh du willst mich doch verarschen Oder Das ist echt Fail von mir Okay Leute Ich werde jetzt einfach Konzentriert durchlaufen Ich werde einfach Konzentriert durchlaufen Und einfach alles machen Was es geht Komm Ich werde einfach Ganz ruhig sein Und einfach in meine Ruhe spielen Ich werde einfach Dahin joggen Ja so einfach Ich werde dahin joggen Warum extra beeilen Und weiter Komm einfach weiter geht's Ich werde jetzt Mein Leben schön Ich mache mir Kein Stress Wegen euch Okay geschafft Irgendwie noch aufzuweichen Du Drecksköter So und so Okay ich hole mir dieses Teil da oben Das will ich haben Habe hier einen kleinen Schutz Von diesen Dreckskötern Ich muss nichts machen Die sterben schon von alleine Warte Ah Brathähnchen ist da oben Ähm Das hat mich eigentlich berührt Aber egal Ich schule mir das Leben wieder Was ich verloren habe Egal Tod mit euch So weg mit dir Und leben dazu auch noch Geschafft Warte Krillin Was für eine Ausdauer Der Hass Würdest du darum kämpfen Ich werde nicht verlieren Stirb Ach ja Das kann man auch später machen Mit den Gegnern Was willst du Was willst du von mir Du kleiner Glasklopf Glatzi number one Und Stirb Oh komm Muck nicht auf Hab Respekt vor mir Und Stirb Und stirb Verdammte Kacke Wegen dir bin ich so oft gestorben. Ach, gut gemacht. Hahaha, ihr habt euch beide tapfer geschlagen. Spaß beiseite. Jetzt wollen wir aber was über Kampfsport lernen. Nur nicht so vorlaut, junger Mann. Ich werde euch die Kampfsportarten beibringen. Wenn ihr dazu fähig seid, zehn dieser großen Steine hier zu zerschlagen. Okay, lasst mich mal versuchen. Ähm. Okay. Komm, den zerstöre ich auch noch. Ach komm. So. Komm. Ist die Zeit irgendwie schneller geworden oder kommt es mir nur so vor? Geschafft, okay. Sehr, 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 sehr gut. Und? Yeah, ich hab's geschafft. Und jetzt unterrichtest du mich im Kampfsport, okay? Ähm, na gut. Meine Güte, was ist das denn für ein Kind? Okay, ich bringe euch ein paar Techniken bei. Standardattacken. Standardattacken. Nun will ich dir etwas über den Zweikampf beibringen. Bewege dich genau so, wie du es bisher getan hast. Um dich zu bewegen, benutze das Steuerkreuz und den A-Knopf. Du kannst auch den B-Knopf drücken, um anzugreifen. Versuche ruhig, sie gleichzeitig mit dem Steuerkreuz zu bewenden. Versuche nun, Krillin anzugreifen und ihn mehrmals zu erwischen. Okay, kleine Tutorials. Abwehr. Im Zweikampf kannst du gegnerische Attacken abwehren. Wenn Krillin angreift, drückst du das, äh, also den Pfeil nach links. Versuche nun abzuwehren. Wenn du es dreimal schaffst, geht's weiter. Okay, komm. Geschafft. Der grüne Button zeigt die Abwehr. Konterunverwundbarkeit. Unter deiner Gesundheit Anzeige befindet sich deine Konteranzeige. Während diese Anzeige zu sehen ist, kannst du mit B-Knopf angreifen. Äh, an meinen Kontern. Sobald die Konteranzeige jedoch weg ist, bist du verwundbar. Und das werden deine Gegner ausnutzen. Also sei vorsichtig. Und du kannst dem Gegner nur dann Schaden zufügen, wenn er verwundbar ist. Das darfst du nie vergessen. Es ist also wichtig, die gegnerischen Konteranzeige möglichst rasch auszuschalten. Aber das solltest du nun lieber mal rauszuprobieren. Okay, ich kann immer schön weiter angreifen. Boah, in your face, bitch. Yes, sir. Wurfattacken und Verfolgungsattacken. Ah, jetzt lernen wir. Über Konter und Verwundbarkeit weißt du jetzt Bescheid. Wenn du einen Gegner mit einer BBB-Attacke angreifst, während er verwundbar ist, kannst du ihn in die Luft schleudern. Und nun schiebst du sofort eine Verfolgungsattacke hinterher. Dabei musst du alle Zeit, allerdings genau in dem richtigen Moment den B-Knapp drücken. Und jetzt versuch mal eine Verfolgungsattacke. Boah, okay. Geschafft. Ja, der. Muttenroschi, jetzt. Wir sollten uns aber zum Weltkampf begeben. Okay, wir werden unser Bestes geben. Ich gewinne auf jeden Fall. Und so begaben sich Guckoo und die anderen nach ihrem Training bei Muttenroschi zum Weltkampf. Speichervollgang. Gespeichert. Ach du Kacke, ich bin soweit schon. Weltkampf-Arena. Zu guter Letzt erreichten sie die beiden den Weltkampf. Guckoo kämpfte sich durch die Vorentscheidungen und qualifizierte sich für den Weltkampf. Hey Leute. Wie lieb's, bist du qualifiziert? Und ob. Du hast es geschafft. Jawohl. Hab ja schließlich auch hart trainiert. Hervorragend. Gute Arbeit. He he. Okay. Dann bis später. Nun denn. Die Kämpfe werden gleich beginnen. Weltkampf 1. Duell vor... Guckoo versus Gileon. Wettkampf... Wettkämpfer Guckoo. Guckoo, bist du hier? Guckoo? Was machst du denn? Ha 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 ha. Er hat Angst vor mir. Hm. Gähn. Hab ich gut geschlafen. Ich bin Guckoo. Du treibst ein Spielchen mit mir. Bitte beginnt mit dem ersten Duell. Oh, du kleiner Drache. Dich verprügel ich doch so schnell. Komm on, weg mit dir. Ich versuche mal einen perfekten Sieg bei ihm zu schaffen. Ein perfekter Sieg. K.O. Ein Sieg. Komm, jetzt muss er perfekt... Ach, scheiße. Ha 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 ha. Ein Kinderspiel. Weltkampf 2. Duell. Guckoo versus Nam. Ach, den Inder. Der weiß jetzt... Der jetzt auf einmal weiß ist, okay. Verehrte Dorfbewohner, ich werde gewinnen und euch Wasser brennen. Guckoo, viel Glück. Okay. Ich darf nicht verlieren. Bitte beginnt mit dem zweiten Duell. Jetzt ist er wieder braun. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? So, 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 so. Und so, und so. Und so, und so, und so, und so. Und so. Wo springst du hin? Ach, scheiße. Hat sein Start nicht dabei. Deswegen. Ich habe mich gerade gewundert, wieso sein Start nicht dabei ist. Weg mit dir. Sieg. Sieg. Ha, ha, ha. Der Sieg gehört mir, aber du bist auch ganz schön stark. Wettkampf 2. Finale. Guckoo versus Jackie Chan. Jackie Chan. Ich bin so aufgeregt, gegen einen solchen starken alten Mann campen zu können. Ich werde dich nicht schonen. Ich dich auch nicht. Also dann. Das Finale beginnt. Okay. Kann ich diesen Kampf gewinnen? Ich weiß es nicht mehr. Oder war das alles gescriptet? Ich glaube, das war alles gescriptet, oder? Oder ich versuche einfach mal. Ich versuche mein Bestes bei ihm jetzt. Warte, kann ich den Kampf eigentlich gewinnen? Ich weiß es gar nicht. Warte, im Anime hat er auch den Kampf verloren, oder nicht? Kacke. Verprügel mich nicht. Okay, ich versuche mein Bestes jetzt, um ihn zu verprügeln. Kacke. Kacke. K.O. Kann ich nochmal machen? Niederlage Ah, ich muss den Kampf gewinnen, okay, ich weiß jetzt Okay, ich muss abhauen Okay, komm Jetzt halte ich ihn auf Okay, komm Ich lasse ihn nicht in Ruhe jetzt, ich greife ihn den ganzen Tag an Oh Okay, so Verdammt, ich hab nicht aufgepasst Okay, so Ey, komm jetzt, ich will diesen Kampf verdammt nochmal gewinnen Okay, komm Tut mir leid, wenn ich so still bin, aber ich muss mich gerade hier konzentrieren Ich hasse diesen verfickten Kampf Okay, wartet Okay, wir sehen uns im nächsten Part Tschüss Okay, wir sehen uns im nächstenguhauen